Was haben wir denn jetzt? Zwei neue Nebemissionen. Wir könnten uns den Zerstörer holen oder den Seaving. Die Seaving-Mission ist ziemlich nervig. Und mit dem Zerstörer hätten wir den ersten richtigen Hard-Header im Arsenal. Ach, das ist die mit den Veteranen, genau. Da haben wir von Anfang an drei Veteranen-Akademien. Ich hoffe, sie haben ihre Veteranen gut behandelt, weil sie nämlich alles sind, was sie haben. Und ich weiß, meine sind die Besten der Welt. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. So, wir haben hier drei Veteranen-Akademien. Jede Veteranen-Akademie sorgt dafür, dass Einheiten mit einem höheren Rang auf die Bühne kommen. Und ja, wenn man drei davon hat, kommen alle automatisch auf Stern-Rang raus. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Prospektor Einsatzbereich. Außer die Prospektorin. Feindliche Einheiten entdeckt. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Soll ich mich ein bisschen umsiehen? Prospektor Einsatzbereit. Schöner Tag heute. Bin schon unterwegs. Schöner Tag für einen Ausflug. Wie geht es Ihnen? Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Ausbildung. Bereits, Herr. Wo ist das Problem? Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bereits, Herr. Wo ist das Problem? Bereits, Herr. Wo ist das Problem? Okay. Ich habe nicht wirklich vor, großartig auf See-Entwicklung zu gehen. Bereits, Herr. Wo ist das Problem? Statusbericht. Angriffsbefehl erteilt. Bereits, Herr. Wo ist das Problem? Du bist erledigt. Bau abgeschlossen. Javelin einsatzbereit. Feindlicher Ingenieur entdeckt. Javelin einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Javelin einsatzbereit. Neue Bauoption. Wird gebaut. Javelin einsatzbereit. Okay, der hat mal einen in der Akademie. Der Ingenieur verleitert. Unzureichender Mittel. Ist aber noch nicht mehr so weit richtig. Wird gebaut. Wird gebaut. Bereits, Herr. Wo ist das Problem? Bin auf Empfang. Kriegst du immer noch auf Doppelrang? Unzureichender Mittel. Javelin einsatzbereit. Ich bin einsatzbereit durch die Einheit. Kampfbereit. Hey, Mann. Wie geht's? Volle Kraft voraus. Dann wollen wir mal. So. Späme mit dem auch ein bisschen. Die einzelnen Infantrien halten uns da ja als perfekt gerüstet. Es gibt keine bessere, billigere Infantrieabwehr als ein Multigunner mit einem Peacekeeper dran. Also los. Unzureichender Mittel. Das ist aber eigentlich ein Flughafen. Bereits, Herr. Wo ist das Problem? Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Wie erwartet Befehle. Unzureichender Mittel. Prospektor Einsatzbereit. Für den Frieden. Taktische Einheit. Ihre Befehle. Ihre Befehle. Bin unterwegs. Peacekeeper bereit. Umgebung sichern. Roger and out. Bereits, Herr. Wo ist das Problem? Unzureichender Mittel. Bin auf Empfang. Bin unterwegs. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten entdeckt. Angriffsbefehl erteilt. Sichere Gebiete. Wird erledigt. Sichere Gebiete. Unzureichende Mittel. Eine Einheit wird angegriffen. Verstanden. 10-4-7. Feindliche Ingenieur entdeckt. Einheit verloren. Roger and out. Kost sie weg. Verstanden. Unterwegs. Statusbericht. Peacekeeper bereit. Angriffsbefehl erteilt. Ich liebe es dir. Um die kräusische Deckung zu nutzen. Javelin einsatzbereit. Ihre Befehle. Bin unterwegs. Faktische Einheit. Ich möchte noch einen Doppelrang in Peacekeeper. Statusbericht. Die mit Sternrang, die würde ich nicht kennen. Barsch wiederholen. Taktische Einheiten. Taktische Einheiten. Einsatzbereit. Roger and out. Feindliche Einheiten entdeckt. Du bist an ihr Hinblick auf das Angriffsbefehl. Befehle. Bis später. Antriffsbefehl erteilt. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? 10-4, Sir. Bin unterwegs. Umgebung sicher. Unzureichender Mittel. Peacekeeper bereit. Feindlicher Ingenieur entdeckt. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Wird erledigt. Angriffsbefehl erteilt. Taktos auf 9 Uhr. Wo ist das Problem? Faktische Einheiten entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Unzureichender Mittel. Verstanden. Feindliche Einheiten entdeckt. Wir sind unterwegs. Wird erledigt. Wir regeln das. Bis später. Wir regeln das. Verstanden. 10-4, Sir. Unzureichender Mittel. Nimm den Eintrittsbereich. Vorsichtig. Eine Einheit wird angegriffen. Keine Sorge. Ich hab noch mehr davon. Bis der Eintrittsbereich. Aufgeschlossen. Neue Bauaktion. Es geht los. Anzugleichender Mittel. Nimm das, Blöckmann. Roger ist out. Wir sind in Einsatzbar. Achtriffsbefehl ein Halt. Bis später. Eierkons. 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 Schatz. Tango ist auf 9 Uhr. Die Erkräfte. Die macht den Westenamein kaputt. Eierkons. 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 Bin bereit. Oh ja. Ziel gehen. Ich bin einsatzbereit. Alles klar auf Sie. Dann holen wir mal. Wir haben Besuch. Ich erledige ihn. Lass Sie keine Pause. Aufgepasst. Und los. Der gehört mir. Angriff. Das ist ein größeres Teil. Vorwärts. Was legt am Cody? Oh ja. Gehe in Position. Vorwärts. Javelin an Deck. Eine Einheit wird angegriffen. Der wird gebaut. Ausbilder. Kommt doch, Leer. Ich krieg euch alle. Hey Mann. Anvisiert. Moment noch. Kommt doch, Leer. Bis später. Jetzt können wir zuerst noch ein Zerstörer herbauen. Andere Späne. Ich bin eingekräftigt. Jeff ist eingekräftigt. Ich bin eingekräftigt. Einer weniger. Jeff ist eingekräftigt. Jeff ist eingekräftigt. Ich bin eingekräftigt. Hochschal. Alles klar, alles klar. Angriff. Wir haben gewonnen, Donald. Würden Sie vielleicht mal aufhören zu grinsen, Private. Es ist noch nicht vorbei. So, sofern wir jetzt eine Marine gewerft haben, können wir ein paar größere Panzer jetzt bauen.